What a Chip Down auf Englisch und unten am Fluss heißt die Quest. Willkommen zurück zur BFA. Horde? Quest abgeben, unten am Fluss, ja. Naja, aber what a Chip Down. Mhm. Was denn? War das mit den Kaninchen? Ja. Ich fand das so gruselig mit dem schwarzen Kaninchen, wenn das mal da aufgetaucht ist, wirst du? Ich hab das ehrlich gesagt nicht so oft geschaut, ich kann da schlecht durchschnittlich drüber gehen. Ich hab, warte mal, ne, gab's da eine Serie oder einen Film? Oder beides? Eine Serie gab's, das weiß ich ja. Gab's da nicht einen Film noch? Keine Ahnung, jedenfalls ist irgendwo mal das schwarze Kaninchen so ein bisschen aufgetaucht oder irgendwie. Sollte da, oh, weiß ich nicht, das war so ein bisschen gruselig gemacht. Gut, damals war so ein kleines Kind, aber trotzdem. Das war schon... Hallo? Bisschen beängstigend. Das Ding da drüben sollte helfen. Ähm... Quark. Ach, dann ging das so. Soldaten! Freunde! Wir haben viel durchgemacht. Aber ein Ende von unserem Kampf ist in Sicht. Ja! Nicht in den Rücken. Unsere Feinde wollen alles, was uns lieb und teuer ist, vernichten. Was? Warum? Wir dürfen das nicht zulassen. Sanderlars Zukunft hängt von unseren Taten am heutigen Tag ab. Wir werden den Bluttrollen den Garaus machen. Wir werden sicherstellen, dass ihr Monster niemals gegen uns eingesetzt wird. Mit den Loa an unserer Seite und Mut in unseren Herzen werden wir siegreich sein. Ich habe es quieter. Ich weißajo ihn, wie ich das immer genießt. Und nicht gegenseitig ist. Ich habe es glor j mang seinen Spohnung. Und wir sehen uns nicht alles. ja verdammt falsche eingabe bist du fertig jubel jaja so jetzt bitte können wir aufhören zu tanzen sie mir aufgefallen was goblin für riesige hände haben viel zu tun macht's kurz sind ja auch gierig na ja andere vernichtet sie schlitz in die bäuche auf massakriert sie er dreht durch ich hätte schon gespinnen soll verdammt da jetzt noch eine quest nein doch zerstört machen wir nicht voll zusammen und du haus drauf was kriegen wir denn euer blutbürgerhuhn äh verdammt ach hier suldasa wird fallen mist habe ich dir auch noch gewollt warum zählen die totems nicht für mich das ist doof ich bin damit fertig ich habe kein ziel mann ey ich kämpfe die die sich nicht selbst schützen können äh ein bluttrell braucht man noch da vorne ist eh ne nein hier 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 da da graus zu nein die scheiße sind sogar drei egal angriff schlachte sie ab macht blutwurst aus ihnen erledigt danke das habt ihr schluss so ich würde jetzt gerne mal hier die klippe runter springen ach so du willst selbst begehen das geht doch leichter der feind bekommt verstärkung gut wenn ich das mache dann muss ich mich aber unten wieder bringen das doof nee dann lass ich das lieber warum würdest du dich denn umbringen weil bei uns haben die immer so einen coolen spruch bringt wenn du tot vor ihm dann stehst du versengelst das projekt unnötig das ist nicht notwendig er sagt gerade immer aha es war ein super abgang oder irgendwie so eine art seiten ändern sich die sandalari müssen sich mit ändern das geile ist warum hat es nicht angenommen jetzt das geile ist so was war das jetzt das war jetzt verdammt egal na lass muß yeah erkundet nass mir ach so ich weiß was ich wollte ich bin gleich level up jetzt habt ihr ihre aufmerksamkeit ach 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 der auch ihr habt schon verloren und haben wir hier noch was soll jetzt der rest von ihnen gehört euch viel spaß da hast du deinen vom sammy boah sammy Achtung Naja Irgendwie fehlt noch was Achso, ein Säder hat alles Gut, der Weg ist frei Jetzt müssen wir nur noch das Ungeziefer entsorgen Autologie-Schlag Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können Dann gehen wir mal bei ihr ab Boom Yeah, blablab, 118 So, Endkampf Nein, noch nicht Nein Denn Jokan hat nämlich auch noch eine kleine Christ Gleich für uns Achso, schwerverderber Ach nee, dann müssen wir die erstmal machen, doch Bevor wir kommen, ist die Christ So Alles für die Wesen So eine tapfere, kleine Prinzessin Wird mir Spaß machen, euch das königliche Maul zu stopfen Ah, das ist angegen Was kämpfst du da? Mir wird nämlich eine Stange gezeigt Ihr lebt dem Saus und Braus Hunger und Tod sind kein Thema Euer Volk ist verweichlicht, Prinzessin Die Sandalari haben die beste Flotte der Welt Wir haben unsere Stärke bewiesen Das Blut von euren Soldaten Speist meine Armeen Wenn sich die große Bestie erhebt Geht ganz Sandala unter Das werde ich nicht zulassen Ihr fangt an, mich zu langweilen Prinzessin Ich habe keine Zeit Mich mit einer verwöhnten Gürre rumzuschlagen Das Erweckungsritual muss abgeschlossen werden Dina, kümmert euch um die Und schon ist sie wieder weg Verarscht Das ist das, was ich bei dieser Questreihe so nervig finde Du greifst die fünfmal an und viermal stirbt sie nicht Und hat immer das gleiche Leben Ja Das ist mega nervig, finde ich Das ist einfach nur langgezogen Ich finde es nicht so schlimm Also ich fand es damals schon nicht schlimm Du musst es mal so sehen Die Questreihe geht wenigstens bis zum Schluss Äh, jetzt hier Was man Sturmsangenteil gesehen hat Da hast du ja das gleich Komplett fertig gehabt Jetzt machen wir ja bloß die Nebenquests dort Na Möge Guamsam die euren Feinde holen Aus dem Weg Hier kommt die Kavallerie Tut mal was für euer Geld Feuer frei Gahun kann nicht versagen Meine Macht ist nutzlos Oh nein Sie haben unseren Schild abgewehrt Äh, nee Unseren Beschuss so rum Was machen wir da nur? Kragwa-Beschirr Sandala für immer Sandala ist immer da Wir brauchen eure Hilfe So, aber das machen wir jetzt noch nicht Ihr sprecht mit Kragwa Den machen wir jetzt erstmal Weil wenn wir den machen Kommen wir lieber Kommen wir lieber Kommen wir leichter wieder hierher Als wenn wir es andersrum machen Finger weg, ihr Glückmann Ich halte hier Wache Und passe auf, dass uns nichts im Rücken fällt So, mit zwei Leute geht es ja jetzt einfacher Braucht man nicht ganz so lang Guck mal, eine Eule Eine Eule Eine Taureneule, wa? Ja Ja Geil, hab die Griffdrüse schon Wupp, wupp Jetzt müssen wir bloß noch die Croc-Mutter töten Easy Nix leichter als das Na Meine Crocs werden an euern Knochen nagen Geht das recht schnell Nein, ich wurde Nein, 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 nein Ganz schlecht Ich muss am Ende dort schnell wieder erneuern Ja, das war's So, wo ist er denn? Da vorne Was kann ich für euch tun, was? Mach da oben Bleibt immer wachsam Ich schleiche schon mal voraus und sicher uns einen Sammelpunkt Trefft mich vor dem Dorf, wenn ihr fertig seid Na komm, hallo, Feuer Ich will hier nicht so viel Egal, drauf Aua Aua Ich muss doch keine Angst haben Doch Meiner tankt das, mein Mob Lass die Trommel auf Was? Trommeln Ich höre eine Trommel Kriegstrommeln Das wird sein Da Äh, haben wir die schon angebrannt? Ja, die brennt Okay Kann ich die da vorne auch noch einen drin? Können wir jetzt mal gucken Tatsächlich Die Zeit mit Das ist gut Die Zeit auch Dann dürften wir jetzt bloß noch ein paar sein Zeit, ein paar Köpfe zu sammeln Also hier ist es ziemlich deutlich zu hören, das Trommeln Mh, hab ich auch gerade gehört Der linken Ohren Hälfte Schon wieder Das ist mir noch gar nicht so oft gefallen Nee, mir auch nicht Deswegen Das müsste hier oben sein Ja, der hier ist das Ach, der Ramob Der Ramob, siehst du mal So Deswegen hat man das auch nie gehört Weil der war nicht da, als ich ihn gequestet habe Da ist ein ganzes Verletzt mich doch Warte mal, ich will auch mitmachen Ich will auch vermöbeln Dach Unterbrech mal Eigentlich Toll, ich war zu spät Beim nächsten Mal Ich muss erst mal Dutz setzen Kannst du nicht irgendwie stunnen oder so? Doch Stun nicht, einfach unterbrechen Nee, stun kannst du auch Und womit? Totem der Energiespeicherung Du musst nur drei Sekunden vorher aufstellen Das krieg ich nicht hin Natürlich Nein Das habe ich nicht mal in der Leiste Bis ich das gefunden habe Ich zerfam schon vorbei Sag ich doch Yeah Herz von Azeroth Stufe 9 Es trommelt immer noch Oh, hier ist eine Vorratskiste Gleich mal blendern Sack mit Zandalari-Vorräten Guck mal, das öffnen Nee, das ist ein Quest gegenstatt Alles klar Yeah, bup Warte mal, bleib mal stehen Nein, nein Ja Wütschkiesel Abgeschlabbert Vielleicht mal einen Wütschkiesel nehmen Gut, hätte ich vielleicht erst mal Den Dämon Gibt es hier vier Gebäude? Eins, zwei, drei Sehe ich Ach, hier sind vier Alles klar Ich brauche noch fünf Ja, wirst du wohl noch mal runter müssen Weil wir hier oben sind Ich glaube, ich kenne mehr Irrer Du bist angegriffen Nein So Das wäre auch wie eine Quest gewesen Die man hätte zusammenlegen können Theoretisch, ja Ob nun du die abfackelst Oder ich die abfackel Das ist doch nun wirklich So, ich habe jetzt die Achter Also hier oben gibt es keine mehr Du musst da noch mal runter Ja Kann ich erst mal die hier oben machen Danke Ja Wolltest du ja nur noch mal erwähnt haben Bälle Ist der schon wieder da? Tatsächlich Ist doch kein Rahmen auch mehr Ich habe die Hütte hier eigentlich abgefackelt Keine Ahnung, warum die jetzt Wieder zählt Ups Oh fuck Aua Aua ist richtig Oh shit Die ist dann immer wieder Was denn? Aua Wieso, warum kommen die denn alle her? Sage mal Alter, was ist denn hier? Ich wollte nur eine Hütte abfackeln Was sagt die Lanzamni zu dir? Lass mich raten Ihr habt euch übernommen Lach nicht so dumm Warte, was du dir gesagt? Ja Habt ihr euch übernommen? Der mich ja saftsackt Zu mir hat er, zu mir hat er gerade gemeint Oh Habt ihr euren kleinen Seelenstein verloren? Klasse Ich find's super Nee, 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 nee Wie, wo kommen die alle her? Die waren schon vorher alle da Die hast du alle gepolt Gib's ruhig zu Nee Die waren schon vorher alle da Oh, diese Diese Pauke, ne Die geht mir gerade hart auf den Sack Wer ist das denn? Hey, du blöder Feuerer Tötet sie! Tötet sie! Ich töte dich, du blöde Kackfratze Das ist ja nicht so gut Gibt's ja wohl nicht hier Ich hab keinen, ich hab keinen Mana Braust du auch nicht Ich mach das schon Äh, ich hab keinen Seelenstein, erzähl Und kein Gehirn Weil du bist unter dir Halt dein Maul So, hast du die jetzt da vorne abgefackelt? Nein, kannte ich ja nicht Die haben mich ja alle überrannt hier Wie die Verrückten Immer diese Diese Famous Leute Ist ja ekelhaft So Hat ja sein können Meine Güte Das zählt nicht Warum zählt denn die Scheiße nicht? Ich könnte hier austicken grad Ich hab die auch vorhin schon abgefackelt Ich weiß nicht, warum die nicht brennt Aber jetzt brennt sie Aber sie zählt nicht Wollt ihr mich verarschen? Ich find das nicht in Ordnung Die Hütte ist äh Speziell Wie sagt man dazu? Nimm mir die da vorne halt Sag Geht doch Acht von Acht Ich komm jetzt nicht drauf Ist jedenfalls eine feuerabweisende Hütte Boah, wer ist bloß weg hier Ja, nein, komm Wieder da hoch Ach, nö Ja Die Quest musst du ja hier abgeben Noch ein Armab Nein Doch Nein Doch Na dann kannst du den alleine machen Blut Hi, Rokan Äh Genau Abgeben So So Das war's für heute. Schade, ich hab gedacht, du verrückst noch mal. Ich bin so nicht vorbei. Ich sterbe noch, keine Sorge. Ich hab keinen Mana mehr. Das war's. Tschüss. Toll. Hättest du mir auch mal helfen können, mach. Ich fand's so lustig, wie die, äh, ganzen dann auf einmal zu dir gekommen sind. Ja, weil du durchgerannt bist. Naja, willst du auch einfach mal brauchen? Ich möchte aber gerne die Rahmobs mitnehmen, wenn ich die schon nicht an... Äh. Pff. Mach doof zu sein. Der ist kalt ermordet, ey. Ah, die kleinen Goblins, können auch nichts dafür. Ich kann ja schon mal den Rahmo machen. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Sag, jetzt hab ich's ausgesprochen. Ah, 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 ah. Angriff, Angriff. Ja, genau. Lass mal die kleinen Goblin die Vorarbeit machen, damit du den Loot absagen kannst. Das sind die liebsten. WTF? Mein Dings ist gestorben. Ja, das ist verdient, würd ich sagen. Karma, Baby. Karma. Keine Ahnung, wovon der gerade verrückt ist, aber alles klar. Ja, die Mobs machen ordentlich Schaden, ne? Nur so nebenbei. Doch nein, ernsthaft? Ja, wirklich. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unbelievable. Ja, genau. Lauf ruhig weiter, du blöder Krieger. Genau. Und pull alles. Und lass uns alles zurück hier. Und... Mensch, Mama. Ja, Mama Schaden. Siehst du? Der nächste Mobius ist auch schon wieder da. Mach du doch mal Schaden hier. Mit den 3K, echt, ey. Ich bin über dir. Nein, bei mir nicht. Oh. Jetzt... Komm, ab, geh mir. Rokan. Wir müssen ja Schluss machen jetzt. Nein, er macht schon wieder mit dem Schluss. Und ich hab schon wieder die erste Folge nicht aufgeschrieben. Scheiße. Sie kann es halt. Bist du fertig? Ja, bin ich. Gut. Dann würde ich das nicht gesehen haben. Die nächsten Matsu, wie wir auf der Hornseite wieder sind. Bist du dazu lachen? Bist du dazu lachen? Naja, wenn man stoppt, kann man auch mal lachen. Ähm, bis dann... Quatsch dem die ganze Zeit das Wort. Haut da rein. Ciao. Blöd, Mann. Ja. Ja. Ja.